Herzlich Willkommen in meiner Naturheilpraxis in Eisenberg in der Pfalz. Als Heilpraktikerin biete ich Ihnen folgende ganzheitliche Therapiekonzepte an. Körperakupunktur inklusive Puls- und Zungendiagnose nach der traditionellen chinesischen Medizin, integrative Ernährungsberatung, ayurvedische Ölmassagen, Homöopathie, Bioresonanzverfahren sowie orthomolekulare Medizin. Ich freue mich sehr, Sie bald in meiner Praxis begrüßen zu dürfen.